Allah gibt uns bestimmte Informationen. Warum gibt er uns diese Informationen vom Paradies und von der Hölle und vom jüngsten Tag? Erstens, unser Glaube wird damit getestet. Unser Glaube an den jüngsten Tag, der verbunden ist mit was? Mit dem Glauben an den Gesandten, a.s.w. Wenn er das gesagt hat, hat er die Wahrheit gesagt. Das heißt, unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Nummer zwei, um uns zu motivieren. Wenn du zum Beispiel weißt, durch deine guten Taten kommst du über diese Brücke, dann machst du gute Taten. Wenn du weißt, durch bestimmte Taten wirst du einen Schutz haben am jüngsten Tag, einen Schatten haben am jüngsten Tag, vor dieser Sonne, die so nah herunterkommt, machst du gute Taten. Weiter im Text. Dann die Hölle. Nur kurz eine Information. Sonne und Mond werden in die Hölle hineingeworfen werden. Sonne und Mond. Überleg mal, was das für Ausmaße sind. Das sind Sachen, das sind Dimensionen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dann, das Feuer der Hölle ist schwarz. 70 Mal heißer als das Heißeste auf der Erde. Überleg mal. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt sagst du dir, wie kann ein Mensch da drin bleiben? Tausende Jahre. Normalerweise, wenn das so heiß ist, in einer Sekunde ist der Rauchasche kaputt. Aber es ist eine andere Welt. Und was sagen wir? Das wird uns berichtet. Wir glauben dran. Nächste sagt er. Der Tod kommt in Form eines Schlachttiers und wird geschlachtet. Wie wird denn der Tod geschlachtet? Allah sagt, der Prophet sagt es, wir glauben dran. Aber was zeigt uns das wieder? Das zeigt uns, wie klein wir sind und wie groß Allah ist. Allah sagt, Der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten verrichtet. Das heißt, der Tod ist etwas Erschaffenes. Der Tod ist nicht nur ein Nicht-Dasein. Der Tod ist etwas Erschaffenes. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann. Gibt es Stufen im Paradies? Und von einer zur anderen Stufe ist es so weit entfernt, als wenn man sich die Sterne anguckt. Ein Stern ist 4,25 Lichtjahre entfernt. Der nächste Stern. Ist 4,25 Lichtjahre entfernt. Wisst ihr, was das heißt, Lichtjahre? Das Licht durchschreitet innerhalb von einer Sekunde eine Distanz von circa etwas weniger als 300.000 Kilometern. Das heißt, das Licht, was in einer Sekunde 300.000 Kilometer durchschreitet, braucht bis zum nächsten Stern, wie lange? 4,25 Jahre. Kannst du dir vorstellen, was das für Dimensionen sind? Das ist nur ein Stern. Und wie viele Stufen gibt es im Paradies? Es wird berichtet in einem Hadith, dass derjenige im Koran auswendig kann, den Koran vorträgt und mit jedem Vers eine Stufe aufsteigt. Überleg dir das mal. Das sind Dimensionen. Das sind Dimensionen. Da wirst du, wenn du darüber nachdenkst, wirst du verrückt. Das sind Dimensionen, über die du vorgibst. Und deswegen ist es auch falsch, für eine Schwester auf Hul'in eifersüchtig zu sein. Weil es eine ganz andere Dimension dort gibt. Du bist in einer komplett anderen Welt. Das, was Allah dir als Information gibt, gibt er dir als Information, als Probe und oder als Motivation. Das sind Dimensionen, über die du vorgibst.